In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe von Boxen detaillierte Objekte im 3D-Raum bauen und diese als Platzhaltefeuersgrobe platzieren. Um eine Box zu erstellen, öffnen Sie das Menü und wählen Sie im Werkzeugereiter den Punkt Box erstellen aus, um das Werkzeug auf Ihren Controller zu legen. Zeigen Sie nun mit dem Controller eine freie Fläche. Am Ende des Pointers wird eine blaue Grundfläche angezeigt, diese stellt Breite und Länge der Box dar. Halten Sie den Trigger gedrückt und bewegen Sie den Controller nach oben, um die Höhe der Box grob zu bestimmen. Sobald Sie den Trigger loslassen, befinden Sie sich in einem Präzisionsmodus. In diesem können Sie die Höhe genau anpassen. Neigen Sie dazu den Controller, bis der gewünschte Wert angezeigt wird. Drücken Sie den Trigger, um Eingabe zu bestätigen und den Bau der Box abzuschließen. Die Länge und Breite der Box können Sie mit dem Touchpad einstellen. Klicken Sie dazu auf die Plus- bzw. die Minus-Symbole in der entsprechenden Farbe. Die Grundfläche zeigt eine Vorschau der eingestellten Werte. Die Fläche können Sie währenddessen um 90 Grad drehen, indem Sie den Controller etwas zur Seite neigen. Um den Bau einer Box abzubrechen, zeigen Sie mit dem Controller weit von der Box weg, bis sich der Strahl rot färbt. Drücken Sie dann den Trigger, um den Abbruch zu bestätigen. Sie können die Grundflächen von bestehenden Objekten kopieren, indem Sie auf eine Fläche zeigen und zweimal schnell hintereinander das Touchpad leicht antippen. Wenn Sie auf eine leere Fläche zeigen und das Touchpad doppelt antippen, wird die Fläche auf die Standardfläche zurückgesetzt. Bei drei bauten Verwendung Perểu Kelant Per cho benötter Verwendung Vocês Vors